Was jetzt eingetreten ist, würde der Bundesrat stets vermeiden. Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte der Swissair. Wir haben die gesamte Flotte der Swissair am 12.30 Uhr mit europäischer Zeit müssen grounden. Die Swissair, die ich tief im Herzen liebe. Die letzte Meldung war, dass die Flotte stimmig wird. Darum tut es mir so weh. Nachlassstundung für einen Teil der SR-Gruppe beantragt. Corsair übernimmt Grossteil des Swissair-Flugbetriebs. Selbstverständlich. Es gilt jetzt, die Kräfte Swissair und Corsair zu vereinen. Für Swissair als Buchserschaft gibt es nicht mehr. Das ist völlig recht. Man muss aber vertonen, dass die Corsair Probleme nicht hat. Spass beiseite. Entschuldigung, Swissair werden wir zusätzlich mit Liquidität versorgen. Vielleicht hat er Ihnen heute keine Garantie gegeben. Man könnte auch sagen, der Wirtschaftsführer fährt in der Luft und der Bundesrat geht in die Luft. Wir wären auch bereit gewesen, etwas mehr als 49% an diesem Sanierungsplan zu übernehmen. Jetzt haben wir 51, 49 und ist das recht? Der CS ist das recht. Etwas mehr als 49% hat er das gesagt, das habe ich nicht gehört. Schauen Sie, das ist meine. Die Frage bitte nachher, neue Hol. Jetzt möchte ich hier doch einmal etwas klar machen. Schauen Sie, das ist meine. Die Frage bitte nachher, neue Hol. Der Gotti hat es gesagt. Das ist eine sehr ungeschickte Äusserung. Schweiz in der Schweiz, da sind wir die Heiz in den Bergen. Es geht um, was ich mit der Schweiz. Das ist die Basler-Lösung. Das ist die Schweizer-Lösung. Aiu-Ai, Aiu-Ai, da sind wir die Heiz in den Bergen. Aiu-Ai. Hm, Juliun. Selbstverständlich wird der Bund eingeladen, da mitzumachen. Ich habe dann heute schon früh versucht, ein Mosklo zu erreichen. Das war nicht möglich. Selbstverständlich wird der Bund eingeladen. Dann habe ich noch einmal Herrn Osplan gelufen. Und ich habe dann kein Fiegepac bekommen. Es ist klar, dass der Plan nicht mehr realisierbar war. Danke, Mario Kochti. Der nun gefundene Plan ist ein guter Plan. Danke, Papp noch, Lukas Müllemann. Schauen Sie, das ist meine. Die Frage bitte nachher, wiederholen. Jetzt möchte ich hier doch einmal etwas klar machen. Schauen Sie, das ist meine. Die Frage bitte nachher, wiederholen. Der Kochti hat es gesagt. Eine sehr ungeschickte Äusserung. Es geht um das Image der Schweiz. Ich möchte hier mein ganz grosses Bedauerns- und Ausdruck bringen. Erzähl das im Fährima. Also, ich möchte Sie doch bitte etwas Pietät zu zeigen. Ja, also, genau, ich bezeichne, kommen wir jetzt straight ab. Ja, ich bekomme schon das Wort, ja. Ja, meine Damen und Herren, der Flugbetrieb der Swissair wird finanziell gesichert durch einen Kredit in Betrag von 450 Millionen. Wir gehen im Wesentlichen in die neue Gesellschaft. Entschuldigung. Schauen Sie, das ist meine. Die Frage bitte nachher, wiederholen. Jetzt möchte ich hier doch einmal etwas klar machen. Schauen Sie, das ist meine. Die Frage bitte nachher, wiederholen. Der Kochti hat es gesagt. Eine sehr ungeschickte Äusserung. In allen Firmen der Wuppe läuft der Betrieb normal weiter. Äusserung. Ein정liche Musik. Wir kommen nessa Frage. Musik 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 Musik